Hallo und herzlich willkommen an alle Zusehörer YouTube und herzlich willkommen an alle Podcast-Zuhörer. Wir haben heute den Simon Birgl zu Gast, der ist 24 Jahre alt, ist Verteidiger und zwar beim SV Horn in der 2. Liga Österreich. Ich freue mich riesig, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Simon. Hallo Servus, freut mich riesig, dass ich da sein darf. Simon, 2-3 in der Lage gegen Wacker Innsbruck am Wochenende. Was war denn da los? Ja, ich habe das Spiel leider nicht spielen können, aber ich glaube, dass es einfach so war, dass wir am Anfang der ersten Halbzeit nicht so ganz reingefunden haben, dass man schon erkannt hat, dass wir wollen und beißen, aber man muss nicht darüber reden, Wacker hat dann schon eine individuelle Qualität, die dann schon wirklich ausschlaggebend ist am Ende und sie haben das dann sehr gut gelöst, auch fußballerisch, haben die Räume gut gefunden, dann haben wir in der ersten Halbzeit auch nicht ins Spiel gefunden, haben ja teilweise nicht ganz gut verteidigt da, haben leider dann eben gleich mal das 1-0 gekriegt, sind dann zurückgekommen mit dem 1-1 und dann leider, wie es so oft bei uns generell in der Saison ist, wir schießen ein Tor und kriegen innerhalb der nächsten drei Minuten ein Gegentor, was verdammt ärgerlich ist, aber ist diesmal wieder passiert. Ja, dann haben wir noch einen Elfmeter gegen uns gekriegt, dann bist du bei 3-1 und dann muss man Lob an die Mannschaft aussprechen, wie sie sich zurückkämpft haben in der zweiten Halbzeit, weil ich glaube, dass es für Innsbruck schwierig war mit dem Gegenwind der zweiten Halbzeit, also es hat dann immer so ganz so ausgeschaut, wie sie es, glaube ich, wollten und dann ist unsere Mannschaft immer besser reingekommen, haben dann auch gedrückt, haben riesen Chancen gehabt und ja, wenn Glück hast, kannst du da einen Punkt schon mitnehmen und so muss man schon wieder ärgern, dass du verloren hast. Ja, Innsbruck-Fahrer ist sich mit der zweiten Liga Österreich nicht zu befassen, zum Beispiel alle deutschen Zuhörer und Zuseher. Das ist eine Mannschaft, die jetzt da aufsteigen möchte und vorne mitspielt und Espo Horn ist da leider momentan letzter. Weißt du, wie das momentan der Stand ist? Kann jetzt jemand absteigen? Weil ich höre jedes Mal irgendwas anderes. Ja, also bei uns ist es auch immer was anderes. Also wir haben jetzt noch nichts Offizielles gehört, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, da geht es auch darum, ob die Mannschaften von der Regionalliga weiterspielen dürfen oder nicht. Wo, glaube ich, niemand das so vorhersehen kann, was da mit Corona jetzt noch kommt in den nächsten paar Monaten. Und ich glaube, wir sollten uns da gar nicht so auf das fokussieren, sondern natürlich ist das Ziel, dass man es aus eigener Hand schafft, dass man da unten rauskommt und dann am Ende nicht da unten drin steht, weil möglich ist es auf alle Fälle und dann heißt es Gas geben und campen. Ja, aber Simon, uns interessiert dein Leben, deine Karriere. Und da gehen wir uns mal detailliert rein. Man hört schon ein bisschen raus, du kommst aus Innsbruck, aus Tirol. Bis zu deinem 21. Lebensjahr, bis zu dem Jahr 2018, warst du bei Wacker Tirol oder Wacker Innsbruck und da warst du auch in der Akademie. Zwei Fragen an dich. Wie war das Fußballspielen für dich als Kind? Und zweite Frage, wie war die Zeit bei Wacker Innsbruck? Ja, als Kind, da soll ich relativ spät angefangen. Ende U8, denke ich, oder so im Winter. Ich habe natürlich auch wieder vorher im Hochschrank gespielt und das hat immer am allermeisten Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich direkt bei Wacker angefangen. Natürlich ist der Verein aus meiner Stadt, das ist mein Heimatverein. Das hat immer riesen Spaß gemacht. Ich habe immer super Mitspieler gehabt. Ich bin dann direkt in die ganzen Leistungszentren gekommen, ABS, LAZ, dann in die Akademie. Natürlich ist es dann schon immer so gewesen, dass man auch bei Wacker in Tirol, wenn man gespielt hat, und bei den ganzen internationalen Turnieren gewinnen wollte. Und da schon immer gesagt hat, wir wollen gewinnen. Ich glaube, verlieren macht niemandem so viel Spaß. Darum hat das auch voll gepasst. Das Training war immer super. Ich glaube, wir Jungs haben immer riesen Spaß gehabt und das hat jeder gern gemacht. Ja, und dann wirst du älter, dann realisiere ich, okay, vielleicht kann es sogar was werden, dass man sogar Profi werden kann oder dass vielleicht was gehen könnte. Und dann nimmt man es schon ernst da, aber am Ende vom Tag hat man immer nur Spaß gehabt. Und das Schöne war, dass wir mit einem Lächeln im Gesicht da rumtonen können und versuchen können, Sachen zu machen, die man vielleicht am Vortag in der Champions League von irgendeinem Idol gesehen hat. Und man hat es einfach genossen. Und ja, dann mit 16 habe ich meinen Vertrag bei Wacker Innsbruck gekriegt. Das war natürlich eine super Sache. Ich habe ab und zu mit der ersten Turnieren dürfen. Ich habe direkt gespielt in der zweiten Mannschaft. Das war Regionalliga West mit 16. Die Mannschaft war hervorragend, muss ich sagen. Super Spieler gehabt, ein super Trainer. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Aber natürlich ist es da schon dann eher natürlich zielorientiert geworden. und man wollte halt dann auch schauen, dass man so schnell wie möglich in die erste Liga kommt, in die erste Mannschaft, dass man da schaut, dass man da reinkommt, dass man seine Spielzeit bekommt, noch mehr oben mittrainiert. Aber ja, ich glaube, am Ende vom Tag war es bei mir schon immer so, dass es mir einfach Spaß gemacht hat und ich es gern getan habe. Und ich glaube auch immer noch gern, du. Und deswegen, dass er immer noch so in dem Ausmaß gern betreibt. Das war für mich gerade sehr, sehr schön zusammengefasst. Du hast einfach gesagt, das Kiel war es einfach schön. Man hat weniger Druck gehabt. Man hat aber auch leichter gespielt. Und dann später wird es halt immer ernster und ernster und dann hat man eben schon Ziele. Und würdest du das so bestätigen, dass viele Fußballspieler zu sehr am Ziel festhängen? Wir haben auch viele jugendliche Zuhörer so sehr. Ja, also ich glaube generell, dass viele den Fehler machen. Das mache ich zum Glück nicht mehr so ganz, weil natürlich habe ich meine Ziele und die will ich erreichen und verfolgen. Aber ich habe schon relativ viele Verletzungen gehabt, wobei ich einfach jeden Tag am Fußballplatz genieße. Ich bin froh, gesund zu sein, spielen zu dürfen und habe einfach Spaß. Ich meine, ich glaube, das Schönste ist, wenn man, wenn man mal austrickst, ein Tor schießt, ein Tor verteidigt, einmal eine super Aktion hat, wo man dann auch nur nach dem Training denkt, boah, das war echt geil, das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, dass man das viel mehr machen soll, weil ich glaube, wenn man frei im Kopf ist und es einfach genießt, dann geht es so oder so, dann von der Hand, dann geht es einfacher und man kommt in so einen Flow, den man dann ausnützen kann. Gut, im Jänner 2018 kam deine erste Station, wo du gewechselt bist. Und zwar zu Austria-Lusternau, eine kurze Laie war das. Du bist zurückgekommen zu Wacker Innsbruck. Warst dort bis zum Sommer 2019 und dann vielleicht die schwierigste Phase in deiner Karriere, du warst vereinslos. Was war da los? Ja, also ich glaube, ich habe da eigentlich eine ordentliche Saison gespielt. Ich glaube, ich habe 25 Spiele sowas gehabt. Er hat gute Spiele gehabt, weil ich glaubte, dann war es schwierig. Ich habe einen Berater gehabt, also dem immer noch dankbar bin für alles, was er gemacht hat. Aber er hat dann nichts Ansprechendes gefunden, beziehungsweise war ich dann am Ende auch nicht mehr so zufrieden. Dann ist es immer schwieriger geworden, dann hat es sich hingezogen. Er hat immer selber einen extremen Druck gemacht. Ich war da extrem ungeduldig, natürlich, weil ich wollte eine Mannschaft haben. Ich habe es absolut nicht verstanden, dass ich so ohne Verein dastehen kann, weil eigentlich, es sind ein paar Sachen gewesen, die nicht so rund gelaufen sind und vielleicht im Nachhinein einfach auch nicht ganz korrekt waren. Aber das ist Fußball, das passiert. Ich glaube, das gehört dazu. Und dann war aber von mir, vom Mindset her schon immer so, dass ich richtig Gas gegeben habe. Ich habe mir immer gedacht, okay, das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, dass ich voll fit bin. Wenn ich beim Verein die Chance kriege, dass ich dort im schlimmsten Fall am zweiten Tag schon 90 Minuten laufen könnte und einfach schaue, dass ich meinen Partner fühle und der Rest wird dann kommen. Ich habe dann, glaube ich, nach, ich weiß gar nicht, wie lange ich vereinslos war, an die drei Monate. Ja, wir kommen dann eh gleich dazu. Also, ganz kurz zusammengefasst, es waren einfach Entscheidungen bei Wacker Innsbruck, die gesagt haben, okay, es ist nichts mehr und der Spieleberater hat dann auch nicht wirklich eine Station gefunden, die für dich ansprechend war. Kann man das so irgendwie definieren? Ich denke schon. Ich glaube auch, dass bei Wacker Innsbruck war es bei mir so, dass wir gar nicht mehr mit denen geredet haben. Aha, okay. Also, ich glaube, da waren nicht einmal Gespräche mit dem Verein da. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt auch von meinem Berater gekommen ist oder wie auch immer, also von meinem ehemaligen. Jetzt bin ich bei neuen Beratern. Aber ich glaube, da ist einfach viel, ja, viel an ich genützt worden und ich glaube auch viel fehlkommuniziert worden, weshalb dann einfach das richtig schwer war. Okay. Also, weshalb es dann für mich einfach nicht so einfach war. Ja, und du hast ja schon gesagt, circa drei Monate war es dann vereinslos. Gehen wir noch ganz kurz auf diese Zeit ein. Es ist ja für einen Fußballspieler nichts Schlimmeres. Es gibt aber nichts Schlimmeres, als Wiener zu spielen. Ich kann mich erinnern am Anfang von meiner Selbstständigkeit, als ich angefangen habe mit Fußball-Mentaltraining, keine Kunden hatte, weil ich eben begonnen habe, das war das Schlimmste, nicht das machen zu können, was ich machen will. Und es ist ja bei einem Fußballspieler genau das Gleiche. Ich habe auch einen Spieler, der halbes Jahr vereinslos war, der zu mir gesagt hat, du schnippst die Zeit meines Lebens. Wie war die Zeit für dich und was nimmst du aus dem Ganzen mit? Ja, also natürlich, die Zeit ist ungut. Die fragt die Familie, wie schaut es aus? Die fragen Freunde, wie schaut es aus? Dann kriegst du von Leuten Anrufe, mit denen du mal gespielt hast. Hey, wie gibst du das? Warum hast du keinen Verein? Wie schaut es aus? Was machst du jetzt? Und du bist eigentlich immer der Idiot, der dann sagt, keine Ahnung. Also ich kann dir das nicht tun. Es war extrem schwierig. Es war, muss ich sagen, sehr schwierig, mich da jeden Tag zu motivieren, dass ich ja wirklich wieder trainiere, dass ich schaue, dass ich fit bin. Ich glaube, ich habe da aber ein super Umfeld gehabt, die mich da unterstützt haben darin. Ich habe dann eben nach, ich glaube, ungefähr zwei Monaten meine Berater gewechselt. Ich bin dann zu meinem, also zu meinen zwei Berater kommen, wo ich jetzt bin, die mich da am Endala extrem unterstützt haben, die mit mir trainiert haben, die mit mir viel geredet haben, wo ich gesehen habe, die wollen arbeiten, die bemühen sich. Und die haben mir das Leben wirklich erleichtert. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es am Ende vom Tag immer von einem selber abhängt. Und dass du als Fußballer selber immer deine Arbeit machen musst. Weil wenn ich nicht fit gewesen wäre, ich bin ja dann wieder zu Lusten auch gekommen. Und wenn ich nicht fit gewesen wäre, dann wäre ich da zum Training gegangen und die hätten gesagt, hey, so wie du beieinander bist, das geht sich nicht aus. Also ich habe viel mitgenommen. Es ist eine extrem eklige Zeit. Aber ich wüsste zum Beispiel, dass wenn ich jetzt wieder in der Situation bin, würde ich es mir vielleicht nicht ganz so sehr zu Herzen nehmen. Ich würde nicht so viel Gedanken darüber verschwenden, eben über Sachen, die ich beeinflussen kann. Und dann einfach hinnehmen sollte und für mich meinen Teil machen sollte. Und das Leben hätte ich mehr genießen können. Also ich habe Tag und Nacht nur daran gedacht. Meine Laune war dementsprechend. Und ja, war nicht einfach. Aber ich würde es auf alle Fälle anders machen. Und einfach daran glauben, weil wenn man Gas gibt, dann kommt es irgendwann zurück. Super, danke dir für's Teilen. Danke für die Ehrlichkeit, Simon. Du hast es angesprochen, Oktober 2019. Von Austria Lusten auch verpflichtet. Und dann im Februar 2020 wieder zu wechseln. Und dann zu SV Horn. Warum hat es dann bei Austria Lusten noch nicht funktioniert? Ja, ich habe einen Vertrag dort nur gehabt, bis zum Winter. Also es war schon so abgeredet, dass ich da einen Vertrag kriege. Natürlich bis Ende der Saison, weil es ja rechtlich gefassen hat müssen. War dann aber so, dass es von beider Seiten her so war, dass man im Winter neu verhandelt. Und der Sportdirektor, der mich damals geholt hat, der ist dann im Winter weggegangen. Und mit dem haben wir schon Gespräche geführt über alles Mögliche. Da waren wir uns schon relativ einig. Hat dann einfach danach mit den Neuen nicht gepasst. Es war dann einfach, ja, die Kommunikation war dann schwieriger, weil natürlich der Ansprechpartner weg war. Und ja, dann hat das nicht viel Sinn gemacht. Die haben dann auch, glaube ich, einen Linksverteidiger gekriegt, als Kooperationsspieler. Und dann war es natürlich auch der Weg für mich. Ja, okay, dann mache ich was anderes. Ja, und dann hat mich der Reinhard Wienerleck angerufen vom SV Horn. Und da bin ich auch sehr froh, dass das damals geklappt hat. Und ich habe dort wieder spielen können, Spaß haben können. Und natürlich ist es das Schönste, wenn man am Platz stehen darf. Und das war seitdem wieder der Ball. Du sagst es, dann kam der SV Horn. Jetzt bist du etwas länger als ein Jahr beim SV Horn. Schwierige Zeit momentan gegen den Abstieg. Man weiß nicht, steigt man ab, aber ist auf jeden Fall letzter. Der Druck als letzter ist sehr groß. Aber es ist alles sehr beieinander. Ich glaube, so vier, fünf, sechs Mannschaften, drei, vier Punkte entfernt. Wie geht man da als Spieler mit so einer Situation um? Ja, also es ist schwer, weil natürlich denkt man immer daran, ja, was können wir anders machen? Ich glaube, wir waren in so vielen Spielen nah dran, dass wir mal was mitnehmen hätten können. Natürlich kennt man dann auch eine Unzufriedenheit, weil man natürlich weiß, okay, Qualität ist da. Wir müssen das langsam auf den Platz bringen. Wir können das eigentlich. Und ja, ich glaube, am Ende darf man einfach nur nicht den Glauben verlieren. Ich glaube, man muss da schauen, dass man einfach seine Arbeit macht, dass man probiert, im Training Gas zu geben, dass man hart arbeitet, im Spiel alles gibt, was man hat. Und dann am Ende vom Tag, wenn man sich in den Spiegel schauen kann und sagen kann, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe mich aufgeopfert, dann kann man sich nie was vorwerfen. Und ich glaube, wenn alle an einem Strang ziehen, dann gibt es immer einen Weg raus aus so einer Situation. Simon, was muss in deiner Karriere passieren, bevor du die Karriere beendest? Also was ist so ein Highlight, das du unbedingt erreichen möchtest? Das ist eine Frage, Herr. Ja, natürlich habe ich meine Ziele und natürlich will ich in der Bundesliga spielen. Natürlich will ich für mich selber sehen, wie weit ich kommen kann. Das ist für mich sehr wichtig, dass ich alles gebe, dass ich sehe, wo es mich hinverschlagen kann, wie hoch ich kommen kann. Aber für mich anstelle einsteht der Spaß. Und solange ich Spaß habe und gerne ein Fußballspiel tue ich es und wenn der Tag da ist, wo ich sage, ich kann das Spiel nicht mehr genießen, dann glaube ich, ist der Tag, wo man es lassen soll. Und dann ist der Tag, wo man sagen soll, ich bin dankbar für das, was es war, aber es reicht. Stand jetzt kann ich es genießen, habe ganz viel Spaß. Ich habe schon meine Ziele, die ich erreichen will. Und am Ende will ich einfach schauen, wie hoch ich kommen kann, werde ich dafür alles geben. Und ja, ich bin schon gespannt, was da alles kommen wird. Okay, na sehr cool. Ich wünsche es auf jeden Fall eine richtig, richtig coole, erfolgreiche Karriere. Du bist ein unglaublich sympathischer Kerl, wirkst sehr ausgeglichener. Und wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf deiner weiteren Karriere, aber auch lebensweg. Danke für das Interesse, Simon. Dankeschön. Danke, danke sehr.